Lutz Riedel ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Synchronautor und Dialogregisseur. Er studierte Theaterwissenschaft, Germanistik und Publizistik an der Freien Universität Berlin und war als Schauspieler an den städtischen Bühnen Lübeck und in Berlin tätig. Als Synchronsprecher sprach er unter anderem die deutsche Stimme von Timothy Dalton ein. Riedel ist mit seiner Kollegin Marianne Groß verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter Anna und Sarah Riedel, von denen letztere ebenfalls im Schauspiel- und Synchrongewerbe aktiv ist. Hörbücher und Hörspiele Erzähler in der Serie Beyond the File Butler Parker in der Serie Butler Parker Dracula in der Serie Veit van Helsing Jan Tenner in der Serie Jan Tenner Wanderer in der Serie Die Letzten Helden Siegfried in der Serie Die Nibelungen Kommissar Wilmallmann in der Serie Geisterjäger John Sinclair Edition 2000 Paris in der Serie Die Abenteuer des Odysseus Catan in der Serie Cain Kommissar W.I.M. Banner in der Serie Offenbarung 23 Verschiedene Nebenrollen in der Serie Gespenster Krimi Graf Dracula in dem Hörspiel Bram Stoker Dracula Thron in dem Hörspiel Thron Massimo Krause in der Serie Andi Der Meisterdetektiv Die kleinen Detektive Verkäufer in dem Hörspiel Monchichi und Monchichi Rosco in der Serie Oliver & Co Jeremy Jones in Spuk auf Blackstone Kassel Lacken Ludwig und der Gruselfilm Necrophobie 1 Necrophobie 2 H.P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens Das Ding auf der Schwelle Die Ratten im Gemäuer H.P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens Der Schatten über Insemouth Bram Stoker Draculas Gast H.R. Giga S. Vampirik 01 Die verlorengegangene Kunst des Zwielichts H.R. Gigas Vampirik Komplettbox Brian Lomlis Nekroskop Teil 3 Kreaturen der Nacht Teil 4 Und OIT Teil 5 Totenwache Teil 6 Das Dämonentor Teil 7 Blutlust Teil 8 Höllenbrut Steffen King Frühling und Sommer Der Dalai Lama Die Weisheit des Verzeihens Der Dalai Lama Buch der Menschlichkeit Peter Berling Die Kinder des Graal Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Der Mann mit der entstellten Lippe Filme, Serien 1979 Vater einer Tochter 1983 Jakob und Adele 1985 Didi und die Rache der Enterbten 1988 In der Arche ist der Wurm drin 1989 Letzten Sommer in Kreuzberg 1993 Der Millionenerbe 2006 mit den Waffen der Hanse Ratsherren im Kampf Synchronrollen Timothy Dalton Chevy Chase Richard Gier Ian McShane Bruce Boxleitner Borg Kollektiv Keith Shen Alec Baldwin Sam Neill Scott Bakula Ellen Dean Gabriel Byrne Samuel L Jackson Udo Kier Jeroen Krambe Michele Placido Jonathan Prüze J.O. Sanders Christopher Weiken Richard Hatch Tim Keller Sam Anderson Ron Silver Alan Rickman Greg Portman Agent Will A Spoon Flotsam und Jetsam Colonel Cutter Captain Hook Zanikolai Dr. Calico La Cucu Sheriff Thomas McAllister Dialogbuch und Regie Fluch der Karibik American Beauty Black Rhein Der Anschlag Meine Frau ihre Schwiegereltern und ich Die Born Verschwörung A Beautiful Mein Nur Buch Regie Marianne Groß Die Tränen der Sonne Ends Robin Hood Special Edition Star Trek Der erste Kontakt Der Aufstand Nemesis Luther Brick Auszeichnungen und Preise Hörspiel Award 2000 zu 3 Platz Bester Sprecher in einer Hauptrolle Hörspiel Award 2001 zu 3 Platz Beste Nebenrolle Publikum Hörspiel Award 2001 zu 1 Platz Beste Nebenrolle Kritiker Hörspiel Award 2002 zu 5 Platz Beste Nebenrolle Publikum Hörspiel Award 2003 zu 2 Platz Beste Nebenrolle Publikum Hörspiel Award 2003 zu 1 Platz Beste Nebenrolle Kritiker Hörspiel Award 2004 zu 2 Platz Beste Nebenrolle Publikum Hörspiel Award 2004 zu 2 Platzbeste Nebenrolle Kritiker Urkanus 2007 Bester Sprecher in einer Nebenrolle